hallo und herzlich willkommen zurück zu die sims via apokalypsen challenge gem ist noch ein bisschen mit schugel grace ist immer noch schwanger und terry geht es nicht so toll ich dachte ich starte einfach mal eine gruppenversammlung sie war eben wieder im schwimmbad und hat sich um blase und hygiene gekümmert sie ist ein bisschen müde aber da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen durch und wir müssen natürlich gucken dass wir unser bestreben weiter voranbringen wir müssen noch 500 gruppenpunkte kriegen damit wir doch die liebe apple unserer gruppe hinzufügen können und dementsprechend müssen sie gerade hier so ein bisschen was machen ich meine sie wird spielen gehen finde ich auch gar nicht so verkehrt allerdings gibt angeln kohle zusammen angeln gehen ich hoffe ja auch dass wir irgendwie was nettes raus angeln so eine rose oder sowas du bist ja ein süßes kind hallo wer bist du armani hutschin okay ich und namen aussprechen na miss baby bauch es wurde auch gefragt ob ich das rückgängig machen kann die schwangerschaft aber das mache ich nicht rückgängig weil sachen mit dem mc command passieren deswegen habe ich den mod ja drin ist bei meinen sims ja auch kalia ist ja auch schwanger geworden durch den mc command mod und maya ist ja jetzt auch schwanger geworden und deswegen lasse ich das hier auch drin hoch viel spaß guck mal und sie freut sich na immerhin und alle rennen da hoch wo willst du denn jetzt schon wieder hin guck mal guck mal angeln sie halt mit den männern und apropos männer es wurde sich häufiger gewünscht dass sie mit terry zusammenkommt hier mit dem jungen mann ich denke sie sehen so ein bisschen aus wie geschwister weil sie halt wirklich optisch sehr ähnlich sehen okay sie haben eine andere augenfarbe das habe ich ebenfalls gestellt und war ich sehr froh drüber weil ich mag wenn sie so ein bisschen variationen drin haben aber er ist natürlich auch ein super super top kandidat aber ich lasse euch einfach mal die auswahl und zwar haben wir ich blende die charaktere einfach mal ein wir haben raid zur auswahl mit der gem eine familie gründen kann wir haben tarik und ich würde noch isern aufstellen ich glaube so die drei zwischen den drei können wir auswählen ich habe noch geguckt ob wir noch jemanden haben auch hier in den kontakten das sind ja die vorplatzierten da möchte ich das eigentlich nicht so machen es ist jetzt die ausnahme weil ich es gemacht habe taylor ist zu alt wobei der jetzt auch gerade schon eine familie mit grace gründet gabriel wäre noch einer aber ich glaube gabriel hat schon ein kind charis hat auch schon eine familie und dementsprechend sind das hier diesen tarik und ray wo ist ray da oben ist ray haben wir jetzt schon ein paar punkte noch nicht so ganz okay dann spulen wir mal ein bisschen schwangerschaftsbeginn von raven harris mit siegfried köhler köhler ja eure sims pflanzen sich scheinbar gut fort wir haben hier einen goldfisch den können wir verkaufen die pflanzen können wir halt auch verkaufen weil bringt uns halt nichts ich hätte gerne teure pflanzen hier können wir noch mal züchten damit wir auch irgendwann mal ein dach über dem kopf haben ich meine wir sind jetzt schon bei über 5000 fast 6000 es ist gar nicht so schlecht was ist du jetzt schwimmrig nebenwirkung von pille die was für die ach ja du hast ja geburtenkontrolle du nimmst ja die anti baby pille habe ich schon doch voll vergessen auch da ist eric hi kommst du jetzt auch ja wir können die gruppenvorteile kaufen nimmst du 18 auf genau jetzt haben wir das jetzt können wir hier noch jemanden hinzufügen und wir fügen die ähm evelyn hinzu jetzt ist die evelyn nicht da hat man denn noch töne okay dann machen wir das gleich erst mal lasse ich die noch ein bisschen angeln dass wir hier die gruppenpunkte noch voll kriegen wir brauchen ja 1000 ohne kubären pflanze ich glaube die verkaufen wir auch wir haben auch schon fast die 1000 und wir haben singen für den frieden heute kunst und musik machen musik und betätige dich künstlerisch singe bist du heiser bist oder die nachfassig beschweren ob hier du kannst singen und dankbarkeit und feiertagsteremonie teilnehmen nimm an einer zeremonie teil indem du über das telefon dorthin reist um diese tradition zu erfüllen aber erst einmal fertig geangelt haben ich will das hier immer noch vollkriegen hier zwölf punkte fehlen uns noch ja 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 sehr schön also was spannendes zum anpflanzen hat sie leider nicht geangelt ich hoffe das kommt noch ich hätte halt auch gerne so lilien oder so das ist halt gibt es die hier überhaupt und begierde lust nach techtel möchtelt scheinbar ein bisschen spaß okay in stimmung wegen leben dunkle ringe ja du bist furchtbar müde so wie ist das jetzt mit dem telefon hinreisen an feiertagsteremonie teilnehmen dann machen wir mal das hier auch wenn du super müde bist und wie funktioniert das jetzt gehst du jetzt einfach in einen rabbit hole und verschwindest irgendwo ja nein nicht einpennen nein du darfst nicht unter freiem himmel schlafen steh wieder auf steh wieder auf kommen rei ist auch super müde ich dafür müssen die versammlung mal beenden okay es ist ein rabbit hole sie nimmt gerade einer feiertagsteremonie teil okay dann hoch cool scheinbar hat sie da kaffee getrunken das ist sehr praktisch das geht hier alles voll hoch das ist total unrealistisch ist das normal bei der feiertagsteremonie ich habe nicht geschätzt ich schwöre es aber für uns ist das natürlich jetzt super praktisch dass hier alles hoch geht da ist sie wieder das ist super cool hier willst du mal singen hier singen üben danke wunderschön wunderschön oh mein gott was möchtest du hier machen mit teil abplaudern und fisch mit köder fangen das mit den ködern habe ich irgendwie noch nie gemacht gucken wir sind auch noch gruppenmitglieder wir müssen die evelyn jetzt mal einladen ich glaube sollten wir einfach mal hinreisen ich hoffe die ist zu hause hier tun sie nicht rum wir sind hier lang gerannt siegfried abo ach hi ich glaube einige heißen apokalypse der von daniel heißt so ich glaube der ist auch von daniel weinrebe salva es bringt halt alles kein geld irgendwas müssen wir anpflanzen basilikum bringt auch keine kohle hier vielleicht öffnen wir die hier einfach nicht mal die liegen ja hier vielleicht haben wir da ja was interessantes drinne bäume denn die geldbäume wollen wir ja ignorieren weil das wäre dann einfach zu einfach jetzt mal bitte auf zu singen öffne mal die dinge bitte immerhin das ist schon level zwei auch wenn ich davon nicht viel höre wir haben rosen oh mein gott so ich verkaufe hier einfach alles was hat sich geklaut frische können wir auch wieder züchten bis zwar keine kleptomanikerin aber ich denke mal das geht soweit auch ganz gut und dann kannst du eigentlich behalten stechpalme kann weg basilikum kann auch weg salbei kann weg taro kann weg paprika kann weg weil wir ja auch eigentlich in so einen eigenen garten pflanzen könntest aber konzentrieren wir uns lieber erst mal nur auf die rosen so sehr schön dann reisen wir mal eben zu wo war die genau sie ist sogar zu hause wir nehmen einfach mal alle mit damit wir sie wirklich der gruppe hinzufügen können dann sogar freuen haben wir acht leute und dann sind alle gewinner in anführungsstrichen gewinner vom community projekt mit in der gruppe drin diese gruselige musik wieder ich weiß nicht ob ihr die hört er will wir können es ja auch mit tarik irgendwie treffen ich meine ray wenn er dabei ist können wir halt nicht irgendwie romantisch sein weil dann kriegt ray das der mittel dann ist er eventuell sauer wo aufbrechen bricht das mal bitte auf rei wo willst du denn schon wieder hin okay er redet mit sich selber oh wer pieselt sich hier ein sie hat sich eingepieselt eva oh sehr cool jam was hast du bekommen ein pirit ich auch nur rein kann kein kalt stein okay okay wo ist evelyn hier ist evelyn hi hatten wir uns nicht schon vorgestellt und so dass wir dich kennen jetzt können wir sich hinzufügen deck hallo hallo übersing für frieden singen ja dann können wir ja sowas noch ein bisschen machen schmeicheln was was war das nochmal dankbarkeit dann können wir hier doch bestimmt auch dankbarkeit zeigen oder dankbar sein genau dankbar dass sie sich unserer gruppe survivors jetzt anschließt evelyn tada und wir sind voll und wir haben das erste bestreben erfüllt oh mein gott abgeschlossenes bestreben jam hat gerade ihren traum verwirklicht eine bekannte gruppe zu leiten das hat viel schweiß und anwerbungsarbeit gekostet verdientes merkt man natürliche führungspersönlichkeit gruppen übernahmen sind und immer erfolgreich und jam kann nicht des amtes enthoben werden oh sehr gut zudem erhält jam während versammlungen viel schneller gruppenpunkte sehr sehr cool jetzt müssen wir uns wohl überlegen welches merkmal wir als nächstes wollen also welches bestreben so beliebtheit beliebtheit muss glaube ich nicht sein aufschwebender sternwitz bei freundin der welt party löwen ist sie halt irgendwie auch nicht outdoor fahren müssen wir nach granite falls das funktioniert auch nicht zauberin ist sie nicht freiberufliche botanikerin was pflanzen jäten oder gießen äh gartenfähigkeit verschwiedene pflanzen weiterentwickeln drei pflanzen veredeln kuhpflanze zöchten oh das könnte das stelle ich mir schwierig vor 10 ausgezeichnete pflanzen entwickeln das würde wahrscheinlich sehr lange dauern anglerass fünf fische fangen an drei verschiedenen orten angeln das müsste ja auch in elsa springs gehen zehn stunden angeln fische aufhängen fische mit köder fangen das wollte sie ja vorhin sowieso großartige fänge machen und 20 fischarten sammeln ok kuratoren zehn sammelobjekte kristalle frösche fossilien objekte frösche züchten elemente sammeln sammlung vervollständigen wie sammlung vervollständigen das dauert ja dann ewig das ist gar nicht so einfach was wir hier wollen das ist was mit beruf super mutter wäre natürlich cool auch wenn sie noch keine mutter ist aber das könnte eventuell auch passen das wäre cool große glückliche familie das kann man als letztes beschrieben eventuell machen entweder super mutter oder große glückliche familie dafür braucht drei kinder aber drei kinder sind glaube ich in ordnung papierfamilie ist ja auch weg kreativität das hat ja alles mit malen äh mit karriere zu tun tier hier können wir auch aber ich würde tatsächlich erstmal angeln machen hier natur ein glas ich glaube das ist erstmal am einfachsten und ich glaube wir können unser merkmal schon weg machen was hattet ihr da gerade vor das sah so aus als hättet ihr geflirtet wir reisen lieber mal nach hause wir können unser charakter äh unser grundstücksmerkmal weg machen mit abseits vom netz das würde nämlich mega mega toll dass wir das endlich machen können weil pro ein beschrieben was wir abschließen können wir ja ein negatives äh grundstücksmerkmal weg machen und das macht am meisten Sinn wenn wir abseits vom netz weg machen einfach weil wir dann eher sachen bauen können ein bisschen geld haben wir jetzt schon mal gucken ob wir das nächste mal eventuell schon eine hütte bauen können machen wir hier abseits vom netz weg ihr könnt ihr mal sagen was wir nehmen wollen stattdessen frischluft guter boden wäre natürlich cool das für die gartenarbeit fruchtbarer boden für den nachwuchs wäre auch nicht verkehrt ähm ich würde erstmal guter boden machen wobei das ja hier nicht so funktioniert wobei asche ist ja auch irgendwie dünger ihr könnt ja gerne kommentieren was wir da nehmen wollen und was äh noch wichtig wäre sind hier äh belohnungsdor sie hat ja schon fast 5000 punkte was wir hier da nehmen wollen natürlich nicht zu sehr cheat mäßiges so an hitze gewöhnt an kälte gewöhnt wäre halt cool ähm sportskanone stets willkommen das wäre aber irgendwie wär schon cool aber dann könnte das eventuell zu einfach werden wachsam würde ganz gut passen aber dann merkt sehen wir halt nur eher die merkmale von den anderen sims wäre aber cool für die apokalypse ich glaube ich nehme wachsam was passt noch mentoren passt ganz gut wenn mentoren in bestimmten fähigkeiten level 10 erreicht haben wird die interaktion unterrichtend freigeschaltet sie können dann anderen sims helfen viel schneller ihre fähigkeiten zu verbessern das fände ich auch cool sturmjägerin wäre auch super interessant mhm marktauglich genügsam ja genügsam wäre noch cool haben wir niedrigere Rechnungen äh unglaublich freundlich ist sie glaube ich nicht betörend ich glaube sie ist nicht so aufreizend fruchtbar wäre natürlich auch cool haben wir eine größere chance auf Zwillinge und Drillinge das wäre super mit dem Merkmal für unser Grundstück mit fruchtbarer Boden gute Küsserin wäre cool sorglos ist sie garantiert nicht mega grüner Daumen selten müde das sind halt so diese diese Sachen die einfach zu sehr aber ein bisschen ein bisschen habe ich ja jetzt was gekauft und sonst könnt ihr kommentieren was ihr euch da wünscht und äh Big Mama läuft hier erstmal rum alles klar ähm was hast du jucken wegen Hormon Champs Gesicht juckt ja du trägst ja auch die ganze Zeit die Maske dann zieh die Maske doch mal aus so schon besser oder? äh und du bist müde wir könnten die Gruppenversammlung ja auch eigentlich mal beenden ne? oh Versammlung starten ne ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen wir äh gehen jetzt pennen Tyrese ich habe gehört dass du dich mit Taylor Nash angefreundet hast er ist ziemlich cool ja das sagst du doch auch nur weil er dein Papa ist Champs schläft jetzt und die versammeln sich ja alle äh ihr könnt auch ruhig gehen ich schick dir gerade mal alle nach Hause weil das hat mich so genervt dass die alle da sind nicht quatschen alles tschüss 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 bitten zu gehen bitten zu gehen bitten zu gehen dankeschön brr 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 tschüss jetzt schlafen schlafen oh 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 ok hier kommen die Eier gerade wieder runter ach schade ich habe die Effekte nicht gesehen ich habe es nur gehört aber cool dann können wir hier wieder ein paar Sachen ausbulliten gut dass wir hier noch nichts stehen hatten das ist nicht dass unser Haus irgendwie getroffen wird eieiei ok dann steh mal bitte auf und geh mal bestäuben und du solltest vielleicht was essen guck mal du hast hier noch Karotten die kannst du noch essen und du hast noch Bananen das kann weg das hast du nämlich ja ausgebuddelt das bringt sogar richtig viel Geld Fossilsteine kann weg oh Gott du müsstest oh ne du müsstest Geschicklichkeit noch leveln weil wir dürfen ja nichts kaufen was du auch selber herstellen könntest das könnte ein Problem werden magst du die Pflanzen hier bitte einmal anpflanzen bevor ich das wieder vergesse guck mal die Karotte kannst du hier auch noch essen und dann müssen wir ich glaube das nächste Mal müssen wir wirklich einfach mal ein Haus bauen aufbrechen oder wir warten bis wir 10.000 voll haben das wird dann so ein mega kleines Haus aber wir hätten dann wenigstens schon mal ein Dach über dem Kopf da hat sich das jetzt gepflanzt dann darfst du gießen bewässern 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 und duschen müsstest du ähm ja müssten wir eigentlich mal wieder rüberreisen Haus raus Jam, Haus raus da 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 bringt 18, naja immerhin 30 lass deiner Aggression freien Lauf du hast so viel Sex so viel wie ein Toast sehr schön wo hast du denn das Kleid noch her Sorana so dann geht sie jetzt noch bewässern das kann jetzt auch weg ja so viel Kohle hat uns das irgendwie leider nicht gebracht um das zu machen entspannen äh ich glaube nicht du könntest mal fischen hier fischen angeln gehen damit wir hier weiter deine Bestreben erfüllen können und du brauchst unbedingt einen Mülleimer so ein Ort ist abgeschlossen wir latschen jetzt zum anderen Ort ich hoffe das zählt äh ja es zählt hervorragend und wir haben Rauferei in der Nachbarschaft das heißt wir dürfen uns dann ein bisschen mit anderen Sims prügeln äh jetzt muss ich erstmal gucken dass wir hier noch eine andere Angelstelle finden äh da waren wir guck mal dann haben wir hier noch eine sehr schön und dann haben wir das erste auch schon und irgendwie zählt das hier jetzt nicht waren wir hier schon dann müssen wir hier eventuell nochmal hin ja jetzt haben wir es jetzt müssen wir noch einen Fisch holen machen wir das und das und dann ist sie schon wieder stinkig dann sollte sie vielleicht mal duschen ja sehr schön das erste haben wir hier schon wieder und das nächste ist insgesamt 10 Stunden angeln 5 Fische aufhängen oder in ein Aquarium setzen ok ein Aquarium wäre ja eigentlich gar nicht so verkehrt aber ich denke mal ähm das war's für diese Folge auch schon wieder ja Cem du kannst mal ruhig aufhören ich weiß du stinkst dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag ich hoffe eurer ist besser als der von Cem vergesst nicht in der Info gerade reinzuschauen wegen den Abstimmungen was ist denn hier gerade für eine Volkswanderung in Gange Hooray hi Nancy ok ich lass dich schon wieder viel zu leicht ablenken ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal tschüss und bis zum nächsten Mal Vielen Dank.